Sonntag bei Mein Neuer Alter. Ein Hammerauftrag. Ihr habt das geringste Startkapital aus jenen Händen. Ihr habt 100 Euro, das ist nichts. Wie soll das denn funktionieren? Oh nein, jetzt sind wir liegen da. Wollen wir zum Problem auflegen? 1150. Wie viel? 1500. 1000 verbundert. 1150. Der ist nicht vorbereitet. Ich schon. Um 18 Uhr, Grab, die extremsten Autohändler Deutschlands. Das teuerste Auto, was wir hier haben, ist momentan unser Bugatti. In der Preisklasse um die 2 Millionen Euro. Und der extreme Metal R720 S. Faszinierend wie ein Großen. Mein Neuer Alter und Grip das Motor Magazin. Sonntag am 17 Uhr bei RTL 2.